Ah, das Badezimmer. Peekaboo! Shut the goddamn door! What the hell was that? Da hat einer gekockt. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Korpsparty. Im letzten Teil haben wir hier die ganzen Räume mal untersucht, dann auch hier die verbotene Zeitung uns angeschaut. Wir waren auch für kurz Zeit in diesem Zimmer eingesperrt, aber ich glaube, das war wirklich nur für einen Schockmoment gewesen. Wir haben aber auch einen Name Tag gefunden. Moment, da muss ich hier machen, Inventory. Wir haben hier eine Box of Matches. Hä? Damit können wir irgendwas anzünden. Und uns fehlt nur noch ein Name Tag. Also entweder heißt das, diese Kapitel sind eher kurz, oder ich habe noch einiges vor mir und bin einfach sehr gut im Finden. Okay. Wo könnte ich was mit den Streichhölzern machen? Hast du mir noch was zu sagen? Moment. It hurts, it hurts so much. Okay, du sagst nichts Neues. Hm. War hier drüben noch was? Moment, ich geh mal hier rein. Das war da, wo ich den... Wo ich den einen Schlüssel gefunden habe. Das war dann das hier drüben gewesen und drüben war... Und auf der linken Seite war ja der Keller, der war aber auch zugesperrt. Kann ich da vielleicht hier die Siegel verbrennen? Fizzi-fuzzi. So, da ist mein Chat. Ich wollte unbedingt eine Tamsun tun. Nicht anders. Und die Umstände. Da wurde es grad dunkel. Ähm. Sexway of Trial Blood. Ja, ja, da wurde jemand abgestochen. Ich verstehe es. Hm. Das ist ja knifflig. Weil ich hab nicht so viele Optionen. Ich hätte da diese Kerze, die man anzünden kann. Aber die will es nicht. Die Naomi, du die sagst. Gut, die haben noch keine Idee. Ich habe Ideen. Hör doch mal auf mich. Ich bin die dritte Stimme im Bunde. Hä? Ich habe nicht immer die besten Ideen. Aber manchmal klappen sie. Würde ich mal sagen. Fifty-fifty. Äh. Percentage. Ah. Moment. Was ist das denn? Es ist ein lose Board lying on the ground. You take it with you. Ah yes. Aha. Das war der ausschlaggebende Punkt. Jetzt kann ich nämlich den anderen Bereich untersuchen. Weil ich ja das andere Brett nicht mitnehmen kann. Weil ich das ja da lassen möchte. Aha. 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 Place a lose Board. Ah yes. Try it. Und wir sind drüber. Erstmal gespeichert und wir sind durch. Hallo? Ja. Entschuldigung. Ich habe getrunken. Ich kann drinnen. Aha. Geischt der Junge. Geischt der Junge hinter mir. Ein Pile of Hefes, sadly, strue human bones is heaped upon the floor. Upon close examination, a student ID name tag can be seen chatting out from one side. Sascha Shinonome. Ich habe alle. Heidewitzka. Ich bin so gut. Nein, speichern möchte ich erstmal nicht. Wie bist du gestorben? Shinonome. Ah ne, das warst du nicht. Shinaiichi. Ne, Moment. Doch, das bist du. Ripcage smashed in with blunt instrument. Die beiden wohnen also beide. Die haben sogar die gleiche Haltung. Die beiden wohnen also durch einen zerbrochenen Prostkorb hier eragdötet. Das ist eine schrumpelte Papier auf der Krone, die sich aus dem körperlosen Hand fallen hat. Also schon meine lebendige Leiche gesehen. Gott will mich retten. Gott wird mich retten. Bist du dir sicher? Hier. Leather Turries. Boys room to the left. Girls room at the end of the hall. Ah, das war der Zimmer. Peekaboo. Ah! Shut that goddamn door! What the hell was that? Dort habe ich nicht geguckt. Und ich weiß wirklich nicht, welcher sicherer ist. Wenn ihr es beide gehabt habt, war es nicht unbedingt eine Halluzination, oder? Hallo? 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 Der Geruch von Ammonie ist hier fast staggert. Grrrr. Auch wenn man den Händen umgekehrt, nicht mehr Wasser aus dem Fassett kommt. Der Geruch ist komplett staggert, mit langen Stränden schmutzigen Haaren. Und der Basin ist mit schmutzigem Wasser. Grrrr. 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 Aber zumindest ein bisschen Wasser hätten wir. Auch wenn es schmutzig ist. Grrrr. 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 Es kommt gestopft mit langen Haaren. Okidoki-loki. Äh, was ist jetzt, wenn wir da wieder runter wollen? Hey, Naomi. Ja, sagt nicht, du musst. Hm? Hast du noch von diesen Ass- Was muss ich lesen? Ass-Medicine an you, bei any chance? You know, das Smeary-Stuff? Redest du von, äh, der Bandene, oder was ist mit dem Hintern los? Ist der Itchy? Juck der. What again? Yep. Die hat auch die Ruhe weg, hä? Yep, my butt's been dry, äh, dryin, äh, dryin in the desert since we got here. Ich kenn schwitzige Hintern. Aber trockene Hintern? Well, I've got some anti-bacterial cream, if that'll work. Thanks. Ich kann's nicht glauben, dass in so einem Horrorspiel solche Wörter bei meine Lippen fließen werden. I'm gonna go, but up my pooper with it real good. Aber rutsch nicht von der Schlüssel runter. Yay. Die freut sich zu sehr, dass ich hier was mit ihr im Hintern machen kann. Hast du überhaupt keine Schäufe? Äh, ich glaub ich sollte mal speichern. Und mal nach dem rechten gucken. Nicht dass ihr jetzt irgendwie der geiste Junge hier ein bisschen hier Piping Tom spielt. Psycho? Hm? Moment mal, die Tür war doch verschlossen. Wie hast du die denn jetzt aufgekriegt? Ähm, nichts. Just checking to make sure you're here. Okay, ich hab das beklemmende Gefühl, dass irgendwas passieren wird und ich muss schnell handeln. Bist du noch hier? Bist du noch beim Kacken? Oh oh. Der Kackdudi ist weg. Wo ist er hin? Hat er gespült? Hat er die Hände gewaschen? Moment, ist das die kleine Schwester? Oder ist das ein Geist? Big Brother. Was ist das? Yuka? Dachte ich mir doch auch. Oder war das jetzt ein Geist, der auch einen Bruder hat? Hallo? 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 Nichts passiert. Yuka! Y- Psycho? Hm? Ähm, nothing. Just checking to make sure you're here. Sorry for the wait. Okay, es geht ja gut. Thanks for the green, Nomi. Put er there! Ähm, no problem. Hey, wait. Was that stall open? Hm? I thought that stall was locked when we were in here before. Was it? I didn't have any trouble getting in. Selbst was he said. Aber ich dachte mir doch auch, das war verschlossen. Fine, I guess I'll let you off the hook. We have bigger things to worry about after all. I actually just heard Yuka's voice out in the hallway. I think it was coming from downstairs. Really? Let's go check it out. Right. Naomi, are you okay? That was a close one. My leg. Thanks for lending me a hand. No problem. I'm just glad you didn't fall all the way down. Seems like you sprained your ankle really badly. So, we should find you someplace to sit down and rest. The infirmary. Yeah, you're probably right. Here, lean on my shoulder for the time being. Thanks. I owe you one, Psycho. Think nothing of it. If we haven't been successful at finding a way out yet, Abdov will have more luck anytime soon. Besides, I don't think my ankle can take much more. Yuka, bist du hier? Mäusse piep einmal. Science lab. Ach so, stimmt. Das war ja verschlossen. Aua. Oh Gott. I think I stepped in it. You, you did? Here, I've got some tissue. Maybe you can wipe it off? Oh, these are definitely somebody's guts. Der wollte sie mal den anderen zeigen. Haha. And when I stepped on whatever part of the body I stepped on, it made a squishy sound. Like I just plopped my shoe into a juicy pile of dog poo. Oh Gott, that's way too much information. You're gonna make me puke. Sorry. Moment, da ist was runtergefallen. The fate that awaits you from here on out is a cruel one indeed. You may wish to record your progress on another layer of candlelight. For if one fate is overwritten, it may never be remade. Playing the odds and creating multiple paths for yourself is one of the basics of survival. Oh, das gibt mit den Hinweis, ich soll nicht über einen Speicherstand speichern, sondern soll verschiedene machen. Ja, falls nämlich irgendwas schief geht und man will was ändern. Yo. Das werde ich doch machen. Ich bin der Schlauerle, ich nehme mir die Tipps an. Gut, leg dich hin. Hm, somehow I expected the beds to be a lot dustier. They are surprisingly clean. That's good. So, now you can finally rest your very bones, Naomi. Yeah, I think I'm going to lie down for a bit. All tucked away in the corner like that? I've always preferred nooks in corners. They just make me feel safe, I guess. Das kenne ich, das kenne ich. Wenn ich nämlich, ich habe ja auch ein kleines Zimmer und wenn ich hier in meinem Bett liege, liege ich lieber so, dass ich dann mit dem, ähm, mit dem Rücken zur Wand liege. Oder halt eben, dass ich so auf der linken Seite. Ich bin dann gewohnt, dass dann links der Aufstieg ist. Zurzeit schlafe ich in einem anderen Zimmer von meinem Bruder, der halt jetzt, der ja ausgezogen ist. Und das ist dann ein größeres Zimmer und wenn ich mich dann links drehe, dann liege ich zur Wand. Und das, ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat, dass ich unruhiger schlafe. Vielleicht ist es auch einfach das Kruste Zimmer, das bin ich so ungewohnt, aber... Na gut, weiter im Text. Haha, ich weiß nur, was du meinst. Ich bin der genau gleiche Weg. Ich bin der drei. Ich weiß nicht, ob es da ist, was wir hier in dir nutzen können, um das Ankle zu nutzen. Sit tight, Naomi. Ich werde einen Blick nehmen. Mit der Alkohol. Aber nicht wegschüffeln. Okay, danke dir. Doch, eine moralische Unterstützung. Ah, das wird gut gemacht. Ich habe mir eine Milkschiff-Splint und ein paar Bandage. Das ist Spanien-Sagana. Jetzt ist es noch ein Holz. Äh, Splint. Ach, so eine Stütze, oder? Aus Holz. Oh man, you're a lifesaver. All right, you've wrapped up tight. How's it feel? Hmm, feels great, Saiko. Thank you. Hehe, you're very welcome. I've sprained my ankle pretty badly before, too, so I know just how you feel. I wish I had some eyes or something to put on. It's so... No worries. You've done more than enough already. Äh, you asleep now? That's fair enough, I guess. Glad you agree. Hehe. It's Slumberland for me. Und hier kannst du schlafen, wenn hier Geister umher wandeln? Okay, vielleicht ist ja Kasper dabei. You really are an oddball, you know that? So, hey Naomi. Hm? If you find Mojida, have you thought about what you want to do with him? Was meinst'n damit schon wieder und diese Formulierung? Hä? Well, you know what they say when two people are faced with difficult situations, shall we say, it often leads to love. Sweet love. Sprichst du da aus Erfahrung, liebes Saiko? So, you should well up all your courage and confess your feelings to him. Ist da wirklich was im Gange? Oh. You get all girly with him in this creepy place and your cuteness factal... Cuteness factal... Factal grows three sizes in his eyes, I bet. I swear if you want, I almost feel like we are just shooting the priest back at school. Like nothing ever happened. Ha 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 ha. Hm, und der Geist kommt rein. Ist das ein schlechter Moment zum Killen? Ha ha ha. Thanks for your advice. I'll think about it. Ha ha. Hope we find him soon. Aha. You kinda don't... You kinda don't... So, do you? You're thinking about how you wish he didn't have to be put through all of this. You want to see him, but you wish you could rest easy knowing that he is safe and sound back home, rather than wandering around here, am I right? Must be those maternal instincts of youth kicking in, huh? You're a deep one, to be sure. Das sind tiefe. Das sind hier tiefe Worte. Äh, tiefgründige Worte. Weise Worte. She may sound like an idiot, but she's right on all counts. Cause there's no fooling psycho. So, can you feel the love tonight? I've been pretty cured with her since we got here. I'll have to make sure I apologize later. Bevor'st du spätest. Hm. Bitte was? And was, what was that exactly? Hey, sorry, just that when I see that. Ass of yours, I start to drool. You're so weird. Big brother. That was Yuka again. I heard it too. I'll go take a look. You stay here and rest, okay? I'll be back in the chivvy. I don't think that's such a good idea. I should go too. I insist. Don't worry. I'll be fine. Just keep that ass-packed on that bed. You got it? I don't move my ass. Well, but... Look, your ankle's all dressed and feeling better, right? Don't make it all for nothing. Alright, I guess I'll stay here. Schrei einmal, wenn's ums Leben geht. Hmm, my ankle really does feel a lot better. Saiko has a definitive knack for care-taking. Na gut, er hat ja hier ihre drei jungen Geschwister. Heh. Miss Yui and the others. Satoshi. I wonder what they'll all doing right now. Rumble, rumble in my tumble. Aso, das ist der Rückblick. What the hell is wrong with you, Satoshi? Get a hold of yourself and get off of me. That's my chest. Ach. Sorry sorry. Couldn't see where I was grabbing. I just want to see him. Why did this have to happen? Ja, jetzt... Jetzt... Jetzt tut's wahrscheinlich ja... Jetzt wird's wohl langsam mit der Stress hier wieder aktiv, hä? Okay, dann speichern wir mal. Äh, hier schon. Psycho. Also... Warum ist die Tür lockt? Auf geschlossenen Inspektionen gibt es keine visiblen Knochen, die die Tür kaputtet. Nur irgendwelche anderen Ebenen, dass es überhaupt lockt wurde. Jemand hält die Tür zu! Jemand Unsichtbares! Okay, ich hab noch Zeit. Es ist nicht so viel vergangen. Was? Aber wenn es nicht lockt, dann warum nicht es öffnen? Okay. Oh, oh. Hihihihihi. Ahahaha. Ah... Those children? Wer lag da alle da so checkert? Let's go on in the field trip together. Das war zu schnell. Uh... What? Wer? Was? Field trip? Wohin? My head... Hört so bad. I can't stop this ringing in my ears. Last 20 days of medicine turning the line I'm on the edge of the stairs along with the single part of rubbing alcohol. What is any of all this for? There's an old journal on the desk. At least it appears to be a journal. In reality, it's more like a model fuse to the desk's surface. It can't be lifted and the page can't be turned. Wash the blood with soap. What? There's an anatomical diagram of a human body take to the wall. Soll ich da was waschen? The end turns but not a drop of water comes out. Oh, oh. What the hell? The door is erected with countless strands of black hair. Routing in the place. Was hat's mit japanischen Horrorspielen oder mit Horrorspielen überall gemein zu tun, wenn hier dann überall Haare rauskommen? Hä? Bei The Crutch Girl, da hab ich das gesehen. Auch bei Lonely, einem deutschen Horrorspieler. Also what the hell? Oh. Die Schere, die Schere. Is... Is someone there? Die Lampe leuchtet und da schreibt doch einer. It sounds like a ballpoint pen scribbling away on a sheet of paper. Rattle, rattle. Looking closely, the whole shape seems to be shaking violently. The shapes are all empty. Wo is the Schere? I need the Schere! Have you come to find me? Sachi? He? Wh- what's the... I? I need to get away. He? Hm, it's no use. Where did this hair come from? God help me. They are using a match to burn the hair. Yes. Dafür die Streichhölzer Fitzel. The flame wasn't strong enough to do any significant damage. Die Schere. Was soll ich tun?! Was soll ich tun?! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh Gott! Der Black Mist beginnt zu räumen auf Naomi's Körper. Es gibt keine Frage, dass dies eine Malfoyland-Malfoyland-Force ist. Wenn dies weitergeht, die Tod ist inedible. Ah, ich hab noch Versuche! Hilfe! Hilfe! Wo ist die Schere?! Der Scherf ist alle empty! Scratch, scratch, scribble, scratch! Ah, der Geil ist gar nicht über seine eigenen Löcher gehen! Versuchts Schwartz Schorthand beginnt, in dem Journal auf der Desk, als ob sie mit unbekannten Händen geschrieben wurden. Die Letters sind so falsch und unkonsistent, dass sie komplett illegible sind. Haha, du kannst mich mal! Die previously inoperable Desklampe nun schlägt mit einem unnatürlichen, almost etherealen Glow. Es nimmt eine Butter von Alkohol! Ah, jees! Eine sehr alte Butter von Alkohol! Still fit! Almost all the way to the top! Du bleibst, wo du bist! Ich mach erst mal sauber! Ist das ein anderer? Komm, 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 komm! Und es ist feucht! Und es ist feucht! Es scheint sich zu blenden, mit echtem dark-rotten Blut aus dem Papier zu blenden! Okay, ich brauch was zum Saubern! Du bleibst da, wo du bist! Haha, er hat sich bewegt! Verdammte Kiste! Okay, okay! Ich bin wieder sicher! Not a drop of water! Most of them are indefinable! Es hieß, ich soll es sauber machen! Zumindest ist der Geist hier! How to remove the tongue? First you must ensure the patient's arms and legs are tied down tightly to prevent the escape! What? Wann ändert sich der Deck schon wieder? Wie man eine Zunge entfernt? Und also wieder da! Next, insert a fixed mental object into the patient's mouth to impede jaw movement and keep the mouth locked in an open position. The patient may attempt to pull back or curl its tongue to impede your brurgers. No need to worry! The effect of this will prove negligible. Open your scissors all the way, then close them hard enough the base of the tongue as far back as you can manage. Ich will mir das gerade... Ich stelle es mir gerade vor und es zieht sich bei mir alles zusammen. The patient will trash and scream, so it is recommended to apply as much pressure as possible. An attempt to complete your task in one fell swoop. Danke für die Information! Ich will das sauber machen. Ich hab Alkohol. Aber wie mach ich das? Moment! Mit dem Alkohol kann ich... Hä? Hä? Kann ich hier das entzünden? Das ist der Trick! The door is lettered with Gantle's back of it, rooting in a blaze! Douce the hair with wrapping Alkohol! Yes! After hastily splashing Alkohol, all of the edges of the door, Nomi lit a match in an attempt to burn through the seemingly endless strands of hair. Fizzle! With a sizzable whoosh and a wreath of foul-smelling heat, the hair lit up, then hardened and fell away, freeing the door and allowing it to open. Und raus mit mir! Die Freiheit! Hä? 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 I'm going to kill you. Äh? 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 Bläh. Ach, Psycho, dir geht's gut. Naomi! What happened? Are you okay? Psycho! Sorry for the mess. What are you talking about? Don't apologize for bathing, you poor girl. Bläh! Everything's okay. You feel better now that it's out of your system. Hab ich da Blut gespuckt? You need me to rub your back? I think I'll be fine, thanks though. Did you find Yuka? Looks like we really are the only two people here. They're only two living people anyway. This place is just way too quiet. Abgesehen von der Musik, die manchmal spielt. How about you, Naomi? Is your leg any better? Are you okay to be up and about? While I was resting, I was suddenly attacked by this creepy plague apparition thing. What? Oh my god, are you alright? I think so. We should consider that room of limits from here on out though. Oh, we can't go in anymore, okay. That's fine, I'm just glad you're okay. I guess we'd better keep moving then. Can you stand? Yeah. But where are we supposed to go? Hmm, well... We've already been pretty much everywhere we can go in this godforsaken school. And the only other people we've come across are all dead. Hmm... Damn it, there I go again. It's hopeless, we're finished, and I'm so tired. I'm acting like a child again. Naomi, come on, it's not that bad. We'll figure something out. Class 2, Niners never say die, right? We're invincible. I've got a hairdresser's appointments first thing in the morning tomorrow, and I intend to keep it. And then in the afternoon, what say you and I go get our bikes fixed? Sounds like a plan, right? Aber dafür müssen wir überleben, richtig! Ja, sie versucht sie jetzt zu motivieren, huh? If we make it back alive... Ach so. If we make it back alive, sure. Oh... This is psycho. What am I doing? Ach so, das sagt die wieder. This is psycho. What am I doing? I just can't seem to hold back. Naomi, are you, like, super duper tired or something? This is so not like you. Come on, raise the chin. The only thing we have to fear is fear itself. Ohne die blutungsigen Geister. What the hell's got you so chipper? Ahem? You just keep smiling and laughing. Do I? Tell me, how long is that going to last if it turns out we can never go home again? Oh... Sie versucht... Sie versucht dich hier davon abzuhalten, dass du zu pessimistisch bist. Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber jetzt nur zu jammern bringt uns auch nicht weiter. Have you given that any thought at all? Will figure something out? That's a crock! And you know it! Hey, da musst du jetzt aber nicht auf dich sauer werden. I must have finally cracked under the pressure. This whole situation was just more than my soul could bear. I thought I'd be keeping Psycho's spirits up till the bitter end. But just like that, I was berating her, abusing her. All I had running through my head was pain and sadness. I was like a baby throwing a hissy fit. I was crying out, irrationally and couldn't stop. Venomous words were flowing from my mouth as if someone had turned on a spigot. All I could do was moan, complain and belittle. I really was behaving just like a spoiled little brat. I'm sure our families are going to be really worried about us. They're going to search and search, but they'll never find us. It'll be a terrible burden for them. You're wrong. How so? About it being a burden. When you lose a loved one, you cherish that person's memory. It's never a burden. You just want to do whatever you can. Whatever you can to make her proud. You just want to... So you do. What is wrong with me? Psycho's mom disappeared several years ago. I know that. So why am I putting her through all this grief? That's how I think the people we leave behind are going to feel. I don't know how it is for you and your family. But normal people don't work that way. Naomi. Was heißt das jetzt? Normale Leute funktionieren nicht so. Habt ihr Kai? Eure Gefühle sind doch genauso, oder? Ob jetzt die Familie jetzt hier dreiköpfig, zweiköpfig, fünfköpfig, egal wie groß sie ist. Die Gefühle bleiben gleich. Oder? Sorry. How about we split up? We can cover more ground for that way. Maybe find a clue to help get us out of here. Das is ne schlechte Idee. Ganz schlecht. Du hast gesehen, was passiert ist, als du alleine warst. Seems the most efficient plan of attack. Don't you think? Was ist mit deinen Augen los? Die sehen so trüb aus. Ist das ein schlechtes Zeichen? Das ist ein schlechtes Zeichen. Who... Who says things like that? I have to apologize. I want to get home just as much as you do. Back to my dad and you and everybody else. And I sure as hell don't want to make them worry about me. This is all my fault. I have to apologize. But most of all, I don't want you, of all people, to speak to me like that. Just leave me alone. I'm sorry. No 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 no. Wir entschuldigen uns. This is psycho. I'm... I'm so... I... I'm sorry too. Also, das ist eigentlich jetzt. I'm sorry, too, but it's okay. If that's what you think we should do, then let's split up. I'll go this way. What the hell is wrong with me? I couldn't even manage to say the word sorry. I'd heard her loud and clear, though. She was trying her hardest to keep my spirits up, trying her hardest to make me feel better. But the way I was at that moment, Psycho was just a little too bright for me. So bright that it hurt. Aha. And so, in this nexus of closed spaces, where humans are scattered and imprisoned and killed, two friends who should have been thankful just for the small favor of being trapped together in this unforgiving place, were quickly and easily divided. Also, das sagt doch die, ich bin so, bleh, 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 bleh. My petty obstinacy towards Psycho would come to be the biggest regret of my life, as the consequences of that heated exchange, where far more dire than I ever could have imagined, was. Wo, 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 wo? Was soll das jetzt heißen? Naomi. The Jerk. Oh, man. Was für eine Trennung und was für ein guter Punkt, den Part zu verenden, meine Damen und Herren, ein Geist, der uns an die Wäsche will, zwei Freunde haben sich verstritten, weil sie einfach nur überleben wollen und wie wird es nächstes Mal weitergehen in der Korps-Party, werden wir unsere Freunde finden, wird einer von ihnen ein unheiliges Schicksal widerfahren, werden wir gemeinsam herausfinden, das finden sie heraus in der nächsten Ausgabe, bis dahin sage ich, ihr 93 Chobo, I love to entertain you, tschüss, goodbye. Bis zum nächsten Mal.